Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute mit euch bei den Firedays hier in Nienburg. Ich finde es super, die machen hier, wir können ja mal schauen, die machen hier Hot Training heute. Das heißt, sie gehen in den Brandcontainer, Türöffnung üben sie gleich, da können wir gleich mal kurz vorbeigucken. Und Planübungsspiel gibt es hier auch. Wir gucken gleich mal rum und ganz entspannt schauen wir uns mal an, was hier einer wartet, wenn man zu den Firedays geht. Ich finde das super, dass sowas gemacht wird und man sollte die Gelegenheit immer nutzen, sich immer weiterzubilden im Sinne der eigenen Sicherheit. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam um, los geht's. Also ich mache das heute nicht ganz alleine mit den Aufnahmen, das kann ich mir schlecht zweiteilen. Ich habe heute zur Unterstützung den Moritz hier. Das bin ich. Und wir werden gleich gemeinsam euch ein bisschen hier mal durchführen und ganz grob mal zeigen, was euch hier erwarten würde. Wir stehen gerade am Brandcontainer. Der sieht so aus. Diese Heißausbildung stattfindet. Das heißt, die AGTs werden hier reingehen, reinkriechen, Flashover wird geübt, Türöffnung wird hier drin geübt. Was sein erwartet, wenn der Rauch sich so und so entwickelt. Das werdet ihr gleich noch alle sehen. Aber nur schon mal ganz grob, dass ihr wisst, hier drin wird gleich heiß geübt. Okay. Schauen wir uns das nächste an. So ist es auch herrlich warm heute, aber trotzdem noch mal kurz für euch die Türöffnung. Und zwar werden die jetzt hier verschiedene Sachen testen, wie sie Türen öffnen, wie sie Fenster öffnen. Wenn ihr hier mal rüber schaut, seht ihr hier die Übungstür, wo sie verschiedene Techniken lernen, wie sie die Türen aufmachen. Es gibt verschiedene Arten von Türen, auch Türen, die nur zufallen oder Türen, die verriegelt sind. Das ist natürlich ein Unterschied, wie man die öffnet. Bei manchen Lagen muss man vielleicht einfach feststellen, die Tür ist erstmal nicht die erste Wahl. Vielleicht doch durchs Fenster. Und was man jetzt hier, was ich hier gerade sehe, Halligan Tool kennt ihr alle. Und auch mit dieser besonderen Axt dabei. Hat auch nicht unbedingt jeder. Wenn wir hier mal rum gucken, sehen wir, dass sie hier wahrscheinlich nicht immer Schlösser knacken, sondern jetzt dieses Holz gleich ausbrechen werden. Und das ist halt eine Übungstür. Und hier wird man auch über gesetzliche Besonderheiten informiert. Zum Beispiel, wenn wir ein Fenster aufbrechen müssen. Nach dem Einsatz darf das nicht so bleiben. Da ist eine Verpflichtung, dass irgendjemand das garantiert das Fenster oder das Haus wieder sicher macht. Das ist auch unsere Aufgabe mit. Und hier sieht man wunderbar, vielleicht gucken wir mal hier links, schön haben sie Fensterscheiben gebohrt. Oder hier wird nochmal ein Modell gezeigt, was es für Schlösserarten gibt. Denke ich mal, irgendwie so Fensterscheiben bohren ist nicht so einfach. Und da geht es eigentlich nur darum, mit minimalen Schaden das Fenster zu öffnen und nicht später wieder alles zu machen zu müssen. Wie man das später verschraubt und vernagelt. Aber super, was sie hier aufgebaut haben. Und wenn man da mal guckt, so vom Weiten. Also schon sehr ordentlich, was man in welcher Situation macht. Okay, das haben wir so einen groben Einblick gehabt, was bei so einer Türöffnung passiert. Da wird auch viel praktisch getan. Und man muss auch wirklich viel anfassen und viel helfen. Alles klar. Gut, schauen wir weiter. So, hinter mir machen sie jetzt die ganzen PA-Träger fertig. Ihr seht schon. Komplett ausgerüstet. Haben noch so zusätzlich noch ein Poncho drüber. Über die Einsatzteilung zur Ausbildung schon. Und die gehen jetzt da alle rein. Schaut mal selber. Die werden auch alle mal überprüft vom Fachmann. Also ihr seht, hier wird alles mit Sicherheit gemacht. Also wird immer genau geguckt. Gemacht eine Halsausbildung. Aber man muss natürlich die eigene Sicherheit immer an vorderster Stelle stellen. Wie alles, was wir machen bei der Feuerwehr. Wenn du jetzt hinguckst, da siehst du, sitzen die ersten schon. Und nehmen wir Platz. Also das finde ich ganz wichtig, was er jetzt macht. Bei jedem guckt er ganz penibel. Also. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Super. Also man sieht, es ist ganz schlecht innen. Haben sie alle auf dem Boden flach hingesetzt. Und die werden jetzt mal ein Gefühl dafür kriegen, was sie gleich erwartet. Okay. Wir lassen jetzt aber mal alleine machen. Die brauchen volle Konzentration. Alles klar. So, ihr seht. Die machen sich bereit, kriegen nochmal die letzten Instruktionen. Weil es geht natürlich jetzt um deren Arsch. Und es ist natürlich jetzt nicht mit zu spaßen. Wenn sie da was falsch machen, dann wird es wirklich brenzlig. Aber es wurde mir versichert, es ist noch nie was passiert. Also die Truppe hier ist so fitter und passt doppelt und dreifach auf, bevor das hier losgeht. Da braucht er so keine Sorgen haben. Es ist immer einer mit drin, der euch auch zur Not sagt, runter jetzt. Oder was weiß ich. Schaut mal. Muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wie ihr habt gesehen, die Tür ist zu. Feuer ist angefacht worden. Also wenn ihr jetzt die Tür öffnet, wisst ihr natürlich, was dann passiert. Wenn Sauerstoff da rankommt und wenn das durchzündet. Also achtet mal drauf, was da gleich passiert. Die kriegen jetzt die Instruktionen gleich, was sie zu machen haben. Und wir werden jetzt gleich in den Raum gehen. Wasserstöße geben, die Tür öffnen. Aber dazu gehen wir jetzt hier weg. Weil das ist hier, ihr seht, hier kommen auch Brandgase raus. Und auch wenn ich Feuerwehrwilli bin, bin ich unzerstörbar. Und die Gase sind natürlich auch nicht gesund. Und wenn es hier durchzündet, ist meine schöne Sonntagsfrisur weg. Okay, wir können vielleicht mal von hier hinten in sich ein bisschen gucken. Die gehen jetzt vor. Man hört gerade die Wasserstöße, die sie geben. Nebenbei sieht man hier wunderbar, wie die gerade die Türöffnung üben. Mit reingehen in den Raum. Gesicherter Türgriff. Mit der Bandschlinge gesichert. Und wie man dann vorgibt, wenn man die Tür öffnet. Was die letztendlich gerade da drin machen. Schauen wir nochmal. Die geben gerade Stöße. Mit der Bandschlinge gesichert. Mit der Bandschlinge gesichert. Mit der Bandschlinge gesichert. Untertitelung des ZDF, 2020